Leute und herzlich willkommen zurück Fick dich Frosi Ja die K-Booms sind immer noch da Haltet die Fresse Zwischensequenz dann gleich wahrscheinlich Ja 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 Musst du nur ansagen Musst du nur ansagen Du scheiß Hacker Ansage Frosi wurde geteam killed Ansage Ansage Gott sei Dank bist du hier Die Rebellen sahen ihre Chance als wir Washington zu den Docks lockten Sie greifen die Pyramide an Ihr Fluchtweg ist abgeschwitten Das wird furchtbar enden Ich muss da hinunter Okay Aussage Jefferson erreichen Und zack Erstmal die hier ein bisschen helfen Oder gehen hier So Zack Nein Nein, hör auf da Was, das geht Wenn es mal Du bist tot Ja, ich nehme hier gleich mal alle mit Und das war's mit euch Und das war's mit euch Ansage Wahrscheinlich Wenn es aufhören würde zu laden Oh, ich will da rund Ich will schnetzeln Bitte, bitte, bitte Und Zack Oh, ja Oh, yeah Aufmerkungen aufhalten Ihr kämpft euch zurück zum Haupttor Zurückziehen, Männer Zurück Ja, Mann Ich glaube Viele, viele, viele Bundesgegner schnetzeln Hautfarbe egal Hauptsache Sie sterben So Erstmal Die 50 Gegner eliminieren 50 Jo 12 hab ich schon Siehste Leute, macht das nicht nach Alles potenziell Waaat 16 Reiche wie gegen Und desynchronisiert Weil der wieder Ach, fügt euch Okay Äh Uhr gucken Uhr gucken Es waren jetzt Zwei Minuten Passt 16 hab ich die Aufnahme gestartet Das dürfte ungefähr hinkommen Baaab Sieben Baaab 14 Baaab 17 Aua Kommt her Euch drei eliminiere ich noch 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 Alte wie ich da grad durchgehe 49 34 40 Rekonisiert Oh oh No Ah Jetzt muss ich dem hier kurz helfen Putsputzputzputzputzputzputzputzputzputzputz Ich muss mich jetzt verabschieden. Ich muss nämlich jetzt gehen. Das ist mir egal. Bis Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Okay. Du hier. Ja, ist klar. Und der schießt dann noch irgendwie. Na. War nicht so toll, ne? Bin ich bei dir da oben jetzt schon oder muss ich wieder 50 töten? Ah. Erstmal die da oben eliminieren. So. Bam. 18 tot. Und zack. 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 Okay, jetzt darf ich meine 50 eliminieren. Bam. Bam. Und. Menschlich, jetzt chillt. Aua. Okay, ich habe wieder genügend Energie. Das ist gut. Ja, ich brauche noch 10 Blauröcke. Kuckuck mich nicht an. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Jefferson ist gestorben. Ach, Fick dich. Ach ja. Das ist scheiße, wie der da rumgurkt. Haltet ihre Verstärkung auf. Zerstört das Tor. So. Boah, das waren gleich mal 38. Ach. 42. Okay, das war 1. 1. Ja, mach ich schon. Aua. Das war jetzt nicht so toll. Alter. Ja, ich brauche Energie, du Opfer. Gib mir kurz mal Energie. Erstmal da hoch und ein bisschen Energie sammeln. Ich brauche Energie. Energie, 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 Energie. Ja, komm. Gib mir Energie. Ja, komm. Hallo. Der da unten krepiert mir gleich. Ach ja. Okay. Ich hoffe doch, das sollte reichen. Ja, und dann schieß gleich was auf mich. Weißt du? Ja, klar. Das ist doch für einen Arsch. Okay, gleich mal das mittlere Tor zerstören. Ich muss, ich kann mir zwei Tore zerstören und dann, aber erst mal wieder. So. Es waren jetzt genügend. Und. Bam. Das Tor ist tot. Das ist schon mal gut. Was war hier jetzt los? Ey, nee, oder? Ja. Was soll diese Störung? Ich habe mich dem Kampf um die Freiheit gewidmet. Sehen Sie das nicht? Ich habe Ihnen mein ganzes Leben geopfert. Ich besiegte die Briten. Ich gab Ihnen Freiheit. Ich! Und trotzdem rebellieren Sie. Das ist Wahnsinn! Ihr seid unser Hirte. Eure Hoheit. Es hat bloß optionales Missionsziel gescheitert. Aber dann. Nee. Okay. Das letzte Tor. Und. Ende im Gelände. Und. So. 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 So ein Pech altes Haus? Komm her. Ich wollte dich erschießen. Oh Mann, no. Wieso sterbe ich da so oft? Rosie, mach was. Äh, Kuku. Jetzt warte, weil habe ich das optionale Bissi-O-Ziel? Denke, ne? Bam. Und zack. Tor ist offen. Bitte raus da. Untertauchen. Wer bist du? Radon ergeht an. War mir ein Vergnügen. Wir treffen uns später und planen dann weitere Schritte. Ja, über die Hälfte vom Part ist schon vorbei. Aus dem Gebiet entkommen. Ach komm, Kuku mich nicht an. So, Ende. 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 Döhm, 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 döhm. Einfach weiter. Aua. Oh, Verbreitung der blauen Flut. Oder, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Volle Synchro geht weg von mir. Oh, da darf ich nicht lang. Kann ich da hoch? Okay. Komm, da oben. Ich will nur ein bisschen Energie recken. Komm, verpisst euch jetzt wo. Geht da weg. Oh, fuck. Da verliere ich Energie. Und, zack. Dankeschön, Wölfe. Puh. Puh. Und dann auch weiter zum nächsten, zur nächsten Hauptmission. Und dann gucken wir mal wegen den Kisten nochmal. Ach, die Scheiße auf die Kisten, die brauche ich nicht. Armenspeisung. Ist die nächste Mission. Also dann. Ich habe noch nie etwas gesehen, was dem eben nahe käme. Ein fähiger Mann wie du könnte dem Volk sehr leicht helfen. Mein Ziel ist allein Washingtons Tod. Alles andere geht mich nichts an. Ohne das Volk von New York werden wir Washington niemals besiegen können. Und was will das Volk? Es verhungert. Wir bekommen die Unterstützung, wenn wir für Nahrung sorgen. Diese steht jedoch unter Kontrolle von John Fitzwilliams. Er ist der korrupteste Beamte in dieser korrupten Stadt. Bring mich zu ihm. Dann folge ich ihm zu seinem Proviantlagern. So, wir müssen jetzt zu einem verfolgen. Die Lebensmittel sehen sehr echt aus. Dort ist Fitzwilliams. Er ist der übelste Blutsauger diesseits des Atlantiks. Er verkauft die Nahrung zu überhöhten Preisen und macht damit ein Vermögen. Er ist mir völlig egal. Es geht mir nur darum, dem Volk Nahrung zu geben. Irgendwann wird er mich zu seinem Lager führen. Das ist unfassbar. Okay, wir müssen ihn zum Lagerhaus verfolgen. Verfolgen, zum Lagerhaus folgen natürlich. Ja, komm, lauf doch. Ja, komm, lauf doch. Häpp. Na, wo ist dein doofes Lager? Na, wo ist dein doof. Ja, wo ist dein doof. Zack. Okay. Der wäre mir fast... Der hätte mich fast aufge... Ja, ich wäre durch den fast aufgeflogen. Und... Ja, der ist ja hier. Meine Fresse. Okay, rüber. Diese Wochen. Die Möhren sind alle verpoult. Vor allem deine kleine Dahl. Ach ja. Froh sieht ja nichts, Saga. Okay, da haben wir sein Versteck wahrscheinlich gefunden. Fittmann eliminieren und dabei unentdeckt bleiben. Okay. Okay. Ich bin unentdeckt geblieben, als ich ihn eliminiert habe. Bin auch der Elim... Eliminiere mich. So. Dich. Dich. Und... Dich, Junge. Scheißhund. Auf Wiedersehen. Okay, da ist dann wahrscheinlich sein ganz... Ach. Du. Ja, du. Ich... Ich hab gar nichts gemacht. Jefferson braucht dich, um diesen Karren mit Proviant an die Hungernden zu verteilen. Zum Verkauf? Verschenken. Gratisnahrung für Hungernde? Ich bin dabei. Besorg mir, Leute. Wir nehmen so viele Wagenladungen wie möglich. Das ist gut. Okay. Adlerflugabe, Leute. Das machen wir im nächsten Part. Ich würde mich für's zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.